Nachkündigung.Rundumschlag Jetzt packt Simone über Lugner-Clan aus. Am 30. September wurde Simone Lugner von der Geschäftsführung der Lugner City gekündigt. Nun packt Mörtels Witwe über die Familie im TV aus Ausrufezeichen. Jetzt wird es schmutzig. Nachdem Simone Lugner, 42, am Montag, dem 30. September 2024, von der Geschäftsführung der Lugner City gekündigt wurde, erzählt sie nun alles. Sofort musste sie Schlüssel, Laptop und Handy abgeben, erklärt sie in Café Puls und holt zum Rundumschlag aus. Die Kündigung kam für sie überraschend, auch wenn im Nachhinein betrachtet schon einiges darauf hingedeutet hat, dass das von Anfang an geplant war. Völlig unter Schock trat sie montags dann die Heimreise an, musste sich aber konzentrieren, denn die Angst, einen Unfall zu bauen, war groß. Ich hab jetzt kennengelernt, und zwar sehr bald nach dem Tod von Richard, dass man die Familie trennen muss in die Familie und in die Mausie-Familia. . Simone Lugner. Lugner-Clan im Streit. Sie ist sich sicher, ihr verstorbener Mann wäre gegen diese Entscheidung gewesen, wie sie schon im Talk mit Heute betonte, nein, sein Traum war es, dass ich ihn mal ersetze, wenn er nicht mehr ist. Sie könne sich nicht vorstellen, dass echt für mich kein Platz ist in dem Unternehmen vom Richard. Aber sei's drum, es ist jetzt so. . letzter Wille mit Füßen getreten. . Ob sich die Familie nun gegen den letzten Willen von Richard Lugner gestellt habe, fragt die Puls-4-Moderatorin nach. Ich muss gleich einmal korrigieren, nicht die Familie, nur die Jacqueline, schießt Simone scharf gegen die Tochter von Mörtel und sagt weiter, Richard wäre wahrscheinlich schwer enttäuscht. Wäre er noch da gewesen, wäre das nicht passiert. Er ist verstorben und plötzlich war alles egal. Sein letzter Wille wurde da irgendwie mit Füßen getrampelt und vergessen und verdrängt. . Ich hab jetzt kennengelernt, und zwar sehr bald nach dem Tod von Richard. Dass man die Familie trennen muss in die Familie und in die Mausi-Familia. Aber, Reibereien gab es nicht, sagt Simone ganz offen. Gesehen habe sie Jacqueline in der Lugner City nie, auch wenn diese nach dem Tod des Baumeisters zur neuen Geschäftsführerin ernannt wurde. Kampf um Millionenpunkt nach Lugner-Auswurf, verzichtet Simone jetzt auf Erbe? Ab Montag wird das Testament von Richard Lugner besprochen, um das Erbe des Baulöwen aufzuteilen. Der Lugner-Clan kommt endlich wieder zusammen. Jedoch nur beim Notar. Das Erbe des Baulöwen muss besprochen werden. Und damit natürlich auch die Frage, wer bekommt überhaupt etwas? Lugner änderte das Testament. Konkret geht es bei dem Termin um das Privatvermögen von Richard Lugner. Also Wertpapiere, Schmuck, Immobilien. Die Lugner City selbst gehört nicht dazu. Sie gehört nämlich seiner Stiftung. Was wohin geht? Unklar. Auch Simone selbst wisse bisher noch gar nichts. Erklärt sie gegenüber heute. Was fix sein dürfte. Seine vier Kinder und Simone Lugner stehen im Testament. Der Baulöwe sagte nämlich, wer bei mir lebt, wenn ich sterbe, soll auch entsprechend erben. Auch änderte noch kurz vor der Hochzeit mit seinem Bienchen das Testament. Wie genau, das wird sich am Montag beim Notar zeigen. Lugner hinterlässt ein geschätztes Vermögen von rund 250 Millionen Euro, welches jedoch zum größten Teil in seiner Stiftung verwaltet wird. Beim Privatvermögen könnten sich hingegen sogar Schulden angehäuft haben. So könnte es gut möglich sein, dass Simone auch beim Erbe leer ausgeht. Denn bei einem unbedingten Erbantritt würde sie auch die Schulden übernehmen. Und das wird sie nicht wollen. Lediglich zu den Besprechungen für die Beerdigung sah man sich. Nach dem Begräbnis habe sie nicht mehr mit mir gesprochen oder irgendwie kommuniziert. Richard selbst gibt sie keinerlei Schuld, dass seine Mausi-Familie halt so ist, wie sie ist. Er kann nichts dafür und ich kann auch nichts dafür und ich werd jetzt das Beste draus machen. Punkt nach Lugners City-Rauswurf. Verschwiegenheit gefordert. Simone ist jetzt sauer. Eine wahre Lugner-Schlammschlacht bahnt sich an. Eine die das nun richtig zornig macht. Simone Lugner. Das hätte Richard Lugner so bestimmt nicht gewollt. Nach seinem Tod entfacht ein wahrer Streit innerhalb der Familie. Aktuell wirkt es so, als ob vor allem Simone gegen den Rest ankämpfen muss. Punkt finde ich merkwürdig. Die größte Attacke gegen sie war wohl der Rauswurf aus der Lugner City. Am 30. September wurde sie von ihrer Arbeit freigestellt. Nach nicht einmal zwei Monaten am Schreibtisch. Punkt bis zum 15. November bekommt sie noch ihr Gehalt ausbezahlt. Details will Simone dazu aber keine nennen. Auch wenn hier und da bereits ein paar Informationen durchgesickert sind. Wie kann das aber sein? Also diese Firmeninterna müssen von wem anderen ausgeplaudert worden sein. Nicht von mir, betont Simone gegenüber heute. Diese Infos seien nur der Geschäftsführung bekannt gewesen. Das alles macht die Lugner Witwe richtig sauer, finde ich merkwürdig, da selbst in meinem Vertrag Verschwiegenheit gefordert ist. Mehr noch, auch in der Kündigung wurde nochmal darauf hingewiesen, dass die Verschwiegenheit danach noch gilt.